ist was kommt jetzt ja es ist langsam ja 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 2 kommt 6, 10 in Abwehr 3. Verdammte Scheiße, die kommen uns ganz schön nah. Finis? 4, 6, Wechselzug, AGM 88. Okay, Hawkins, schalten wir uns auf Boden angriffen. Wir gehen nur mit der Markierung der Zams. Stellen sicher, dass wir gute Signale an Ihren Radar haben, bevor du schießt. Wir gehen nur mit der anderen Stelle hinaus. Zitul, nicht erfassen. Vollfetter, guter Schuss. Komm schon, wir müssen die Zams an. Wir müssen sie für die A10er ausfalten. Streich 3. 4, 6, Repar 1, haben Sicht auf Tankbank. Wir wollen dann über Quern und Wurzel den Jägern wollen. Verstanden? Stryker 2, 2. Wir markieren die Ziele per Naser für uns. Verstanden? Verstanden. Komm rein. Bereit sein. 4, 6, verstanden. Okay, Hawkins. Wechsel auf Infrarot und find diese Flugzeuge. 4, 6, Eurin. Sie hat euch am Hauptterminal. Gegenüber dem Startbacher. Hawkins, spart den Checker permanent in der Mitte der Menge. Nicht schlecht. Verfolgen euer Ziel. Bomben unterwegs. Nicht schlecht. Schatz 6, Flugabendfahrzeuge. Bewegen sich über den Flugplatz. Bomben unterwegs. 3 Sekunden. Und dein nächstes weg. Boah, ich bin irgendwie fragvoll ruhig geworden. Weil ich mich hier versuche zu konzentrieren. Ich hab euren Laser. Komm rein. Und der ist auch weg. Und jetzt machen wir den da gleich noch weg. Komm schon, komm schon, komm schon. So. So. Und. Kapitän. So, was läuft jetzt? Oh. Was jetzt? Warte. Und den jetzt auch noch. Das war's doch, oder? Okay. Dauerbeschuss? Dauerbeschuss. Verstanden? Haben verstanden, wir kommen jetzt zu euch. Definitiv PLA, jetzt Angriffsvergabe, wiederhole Angriffsvergabe. Und hier das Gebiet, drei meisten Bereitschaft. Und NMT-Position, das MG-Angriffsvergabe. Okay. Das macht gleich. Oh, hohohohoho. Person auf der Flug. Ihr habt zwei Garten, um die auszuschalten. Verstanden. Roger. Drei Sekunden. Darf ich nix machen? Äh, stopp. Okay. Zurück zum Schiff. Herbie 212. Shark 46 zieht sich aus dem Zielgebiet zurück. Verstanden. Geht auf Kurs 040. Achtet auf Verkehr, wenn es anfängt nass zu werden. 212 out. Shark 46, ihr nähert euch den Pleitweg. Seid etwas ab. Kurz Korrektur auf 3 Meilen. Shark 46, 2 Meilen ab. Shark 2 raus. Shark 46, Haken ist raus. Sieht gut aus. Shark 46, auf Gleitweg. Ab grünes Licht. Dichter auf Licht. Dichter auf Licht. Dichter auf Licht. 20 Knots auf Licht ab. 800. 750. 600. 550. 1200. Direkt auf Licht zu. Bring sie runter. Das war doch mal eine tolle Mission. Einige Gegner werden dich im Nahkampf angreifen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Operation Guilotine. Okay. Schüsse aus der Hüfte sind nicht so präzise wie Schüsse mit Hilfe der Visierung. Zeigt Disziplin. Okay. Nette Geschichte, aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich sie ihnen aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde sie gern was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und sie haben auch keine Ahnung, wie ihren befehlshabenden Offizierschoss. Lecken sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm raus zu prügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Furcht. Na schön. Erzählen sie uns, wie sie die Bomben in Teheran fanden. Nein, 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 nein. Immer diese Regierung. Immer diese Regierung. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht schrecklich, sowas schrecklich. Dass sie immer alles wissen wollen. Das ist mein Geheimnis und das gehört nicht in ihren Ohren. Ganz schön große Stadt. Allerdings. Noch keine Waffenlaster. Nee. Die lösen die Schicksalsmalen langsam. Misfit, ihr A-Maker. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies ich als ergebnislos. Allerdings. Um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Gelsons Regiment die Jaffierbrücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Helmaker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Da ist Tame-Maker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir. Verstanden. Blackbird. Nimm die Nase. Warum eigentlich ich? Los. 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 Gut. Ne, 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 warte. Händ die Steinmauer unter der Überführung, ein Bezugspunkt. Ich würde sagen, das mache ich ja noch fertig und dann Aufnahmepause. Reicht doch jetzt schon ein bisschen. Schuh! 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 Oh zum schuh! Schuh! Stell den Mörser dort auf! Überprüft Blende und Durchfahrtshöhe! Geht klar, Chef! Campo, bringe ein paar Leuchtgeschütze in die Luft, Aura! Los! Ich brauche dann sofort Feuer! Gut! Flecken! Von Tess! Partitions! Uiuiuiui! Weiter geht's, wie es ist? Boah, Schwundflinte! Geil! Und jetzt rüber über die Mauer! So, wir müssen hier auf... Aufnahmen-Pause machen, aber... hm... Ich weiß nicht, irgendwie hier noch nicht. Das Spiel macht so viel Spaß. Fäden von der Steinbauer vorausgeschossen! 150 Meter! Hm... Woher treffe ich den nicht? UMP! 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 Weg mit der Scar! Ja, mit der UMP! Weg mit der Steuern! 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 Irgendwie hat die Steuern gerade gehakt, keine Ahnung. Tut mir leid. Ist noch ein bisschen blind. Die KH nehme ich auch nicht mit. Ich bleib jetzt bei der UMP, weil die einfach geil ist. So, ab hier ist, glaube ich, blind. Na, so etwa. Oh, super. Oh, super. Hohohohoho. Oh. Aufheben, Perfession, ne? Nee. Ich nehm kein MG mit. Scheiße. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ist das ein Freund? Das war ein Feind? Ach, du Heilige, was hier überall Leute von uns sind. Das ist ja geil. Boah. Ich bin richtig... Kriegsfeeling. Hammer. Unglaublich geil. Unglaublich geil. Also, ein Lob an Electronic Arts. Was die hier geiles rausbringen. Also, ernsthaft. So, das Gewehr ist ausgeschaltet. Ja. Granate müsste richtig platziert sein. Ja. Und, rein da. Oder? Komm, ich hab nicht rein. Alter! Boah, nee, ey. Hab ich hier nen Techlight dran? Mach die Tür auf! Sofort! Tür auf, hab ich gesagt. Mach sofort die Scheiß-Tür auf! Mach sofort die Scheiß-Tür auf! Und... Auf! Äh... War versperrt. Und... Auf! Wer gute Reflexe hat, hat auch gut zu überleben. Richtig. Richtig. So, Leute. Seid ihr alle ready? I'm ready. Noch ausstehen! Apartment sicher! Eins, drei entfernt sich für diese Mission von Missfinden! Ja, entfernt euch mal. Ich steig mal hier ein und fahr mal ein bisschen mit. Scheiß aufgeht. Jungs, eins, weg! Ich bin jetzt aufs